Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video würde ich euch gerne die Zwischenringe für eure DSLR-Kamera vorstellen, nur leider hört ihr es vielleicht schon mal eine Stimme, die ist leicht angeschlagen. Ich bin heiser und hab Halsschmerzen, also es ist alles nicht so toll. Da ich euch diese Stimme nicht zumuten will, habe ich auf Twitter gefragt, ob vielleicht jemand für dieses Video das Voice-Over machen will. Und da hat sich der liebe Valentin vom Kanal Smart Review gemeldet und hat das Voice-Over für dieses Review gemacht. Ihm vielen Dank dafür, weil die Stimme wollte ich euch einfach nicht zumuten. Und ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß beim Video. Und ich würde sagen, ich übergebe das Video dann mal an Valentin. Hey, ich bin Valentin vom Kanal Smart Review. Wie ihr eben gehört habt, ist die Stimme von Jonas im Moment etwas angeschlagen und aus diesem Grund werde ich euch heute mal ein paar Zwischenringe für eine DSLR vorstellen. Was man mit diesen Zwischenringen anfangen kann und wofür und ob sie sich lohnen, seht ihr wie immer nach dem Intro. Also, bleibt dran und viel Spaß. Das Design ist zwar ziemlich unspektakulär, aber es ist ja schließlich auch nur eine Verlängerung für das Objektiv. Einzig und allein die roten Streifen, welche an jedem Zwischenring zu finden sind, lassen die Ringe sehr hochwertig und vor allen Dingen professionell aussehen. Das Objektiv-Bajonett, welches es in den Farben Rot, Blau, Gold und Silber gibt, ist komplett aus hochwertig verarbeitetem Metall gefertigt und das Ganze wirkt echt solide. Wenn man bedenkt, dass nicht einmal das KET-Objektiv oder das 50mm f1.8 ein Metall-Bajonett hat, ist das Ganze hier schon eine ganze Ecke hochwertiger. Aber bei dem hochwertigen Bajonett hört das Metall dann auch schon auf. Das komplette restliche schwarze Gehäuse wurde nämlich aus Kunststoff hergestellt, welches nicht gerade hochwertig verarbeitet ist. Zudem kommen in das Gehäuse auch sehr leicht Kratzer hinein, also ich zum Beispiel hatte nach ein paar Tagen Benutzung gleich einen Kratzer drin. Zum Glück hat man aber nicht das Gefühl, dass die Ringe jetzt gleich auseinanderfallen, also so weit ist es doch schon mal gut. Wofür kann man jetzt diese Zwischenringe gebrauchen? Ganz einfach, das Set besteht aus drei Teilen. 13mm, 21mm und 31mm. Je nachdem, welche Ringe man wie kombiniert, wird die Brennweite um den Zwischenring erweitert. Also wenn ich zum Beispiel das 50mm f1.8 mit dem 13mm Ring kombiniere, habe ich ein Objektiv mit einer Brennweite von 63mm. Die Zwischenringe kann man ganz einfach durch Drücken der Metallhebel auseinander machen, also fungieren sie im Prinzip genauso wie der Knopf, mit welchem man an der Kamera das Objektiv abnehmen kann. Da der Abstand von der Linse zum Sensor durch die Zwischenringe vergrößert wird, ist die Naheinstellgrenze, also der minimale Bereich, in welchem das Objekt scharf gestellt werden kann, verändert. Dadurch kann bzw. muss man ganz nah an seine Objekte herangehen, damit man sie fokussieren kann. Je nach Brennweite und Fokus kann es sein, dass man weniger als 1cm von dem Objekt entfernt sein muss. Positiv aufgefallen ist mir, dass das Bild nicht wirklich stark verzerrt und auch die Qualität nicht stark beeinträchtigt wird. Das einzige, was in diesem Punkt nicht ganz so gut ist, ist das Licht. Die Zwischenringe schlucken einfach extrem viel Licht, das bedeutet, ihr müsst entweder den ISO-Wert extrem hochdrehen oder die Verschlusszeit verändern. Trotzdem kann ich euch diese Zwischenringe empfehlen, gerade für den Preis von etwa 25 Euro kann man dort echt nichts falsch machen. Bevor das Video nun zu Ende ist, möchte ich euch noch ein paar Bilder zeigen, welche ich mit meinen Objektiven und den Zwischenringen gemacht habe. An dieser Stelle könnt ihr auch gerne mal einen Blick auf meinen Kanal werfen. Ich mache auch ähnlich wie der Jonas Technik-Videos zu Smartphones und zu vielen anderen Dingen, News-Videos und ähnliches. In der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu meinem Kanal, also wenn euch das interessiert, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ich verabschiede mich dann schon mal. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ja, das war es dann auch mit diesem Video. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich natürlich wie immer über eine positive Bewertung freuen. Und wenn ihr keine Videos mehr von diesem Kanal verpassen wollt, dann lasst doch auch ein Abo da. Und außerdem würde ich mich nochmal gerne bei Valentin für die freundliche Unterstützung bedanken, denn ohne ihn wäre das Video jetzt nicht gekommen, da ich finde einfach, diese Stimme, die kann ich euch nicht zumuten. Ich denke, ich habe jetzt auch erstmal genug geredet, das nächste Video wird aber wieder von mir gesprochen sein. Aber schaut auf jeden Fall mal bei Valentin auf dem Kanal vorbei. Der Link ist ja in der Beschreibung. Ich würde mich freuen und er würde sich natürlich auch freuen. Dann seid ihr hoffentlich beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dann. Tschau.